hallo und willkommen zu einer folge wo bekomme diesmal spieler genau die bettung genau 20 kids brauchen wir erkennt er alle so dies war spiel mal allein mal gucken ob wir gewinnen oder verlieren herr außerhalb der reichwälte das gefühl meine kollegen spotten kaum da kommt er ist doch schwach genau der kollege hat den natürlich willkommen ich ziehe ihn quasi 90 prozent des schadens ab und der kollege bekommt ich habe bestens assist zu bekommen so dass der gleiche und repariert mich Komm reparier mich, du hast noch Reparator-Ding gehabt, oh, das habe ich nicht kommend sehen. Das ist auch eine übelst gemeinte Stelle, oh, das hätte er nicht machen dürfen, der Gegner bei uns in der Basis vom Jumann, hat schon weder den Kill nicht angerechnet bekommen, Assist, aber wedstens Assist, den Kill habe ich angerechnet bekommen, der mit dem Raketen drin, ja. Das war's bei der Raketen, so, der wartet 10 Sekunden natürlich bis er geheilt ist, und dann zeigt er dich wieder. Ah, den könnte ich kriegen. Ach komm, den krieg ich doch. Ah, der ist, der geht kaputt. Was bin ich? Ich bin ein Stück gar nix. Hm, ich bin auch ein bisschen gestorben. Zweimal, drei Kill ist auch okay. Aber unser Team ist im Rückstand, das ist nicht gut. Weil die fliegen alle zusammen hier oben und gucken kaum raus, das ist natürlich ein Vorteil für die. Ich bin immer noch so leicht, quenk. Du darfst nicht einfach, dass ihr das perimeter gut war, weil sie noch so gut ausgerichtet hat, Wie schon mal Gehtner Bar? Sollte ich mal nicht um Nick reinfahren. Neu spawnen, da sind die für kurze Zeit quasi unbesiegtlar. Hä? Welche Raketen haben mich getroffen? Ach, meine Nase, ey. Ich treffe nix mehr. Das sollte man abhauen, weil da sind jetzt drei Leute gespawnt, die jetzt vor fünf Sekunden oder so unbesiegbar sind. So, der stört bei Kollege. Den krieg ich. Aber nicht, wenn ich so nen Kack Aim habe. Boah, der wär schon zehnmal stört gewesen. Ich bin nicht fixiert auf ihn. Oh, meine Nase, tut mir leid. Eigentlich sollte ich nicht aufnehmen. Boah, sonst hab ich immer so wenig Zeit. Da kommen immer so wenig Videos. Und da ist auch scheiße. Bis jetzt haben wir gewonnen. Gut, dann will ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschau. Obwohl, wir machen kurz die Kiste auf. Protonium. Gut, dann tschau. Glockenzeig. Tschau. Dann tschau. Tschau. Ja.